Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play. Da steht jetzt dreimal groß und breit States of Decay. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das starte. Im großen Ganzen, ich habe gerade nur ein bisschen eingestellt. Und ich denke mal, wir fangen bei dem Ganzen mal States of Decay an. States of Decay. Und ja, werde ich mal schauen, wie lange das so läuft. Und dann machen wir danach direkt im Anschluss den und dann den. Aber machen wir jetzt erst mal hier anfangen. Hohes Spiel. Ich bin mal gespannt, was da so wird und so. Und weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Oder worum es überhaupt geht so groß. Im großen Ganzen. Irgendwas mit Zombies, das weiß ich. Halt auf, ich komme. Ich glaube, diese Leute wollen uns essen. Ja, nee, ist klar. Alter. So grafikmäßig. Ja. Ach so. So, dummen kann ich mich. Ich brauche ein bisschen Hilfe da. Was für die Hölle, Mann. Wir haben zwei Wochen und was? Haben alle jemanden ein bisschen Cannibalismus? Jubeln. Gute Sachen, Mann. Lass uns tanzen! Entschuldigung, du bist auf deinem Weg. Das ist so hallend, sag ich mal. Was muss ich denn da tun, hier? Lautsprecher irgendwas ist ja schon eigentlich richtig eingestellt. Und Grafik, Grafik sieht ja auch nicht wirklich schlecht aus. Aber irgendwas... Lass ich den mal so. Ich finde, das ist teilweise ein wenig... Komisch dunkel. Oder so. Taschenlampe, sehr schön. So, was muss ich denn tun? Was wo und so? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Erstmal, ja, ich hier durf in der Gegend rum. Drücke Stahl gerade so, um ein Tagebuch zu öffnen. Oder so. Ach, das ist so mein Gedöns und das ist mein Kollege. Tischbein. Keine Waffe. Keine Schusswaffe. Das ist mein bescheuerte Rucksack. Irgendwas zu freighten. Und mein blöder Zweig. Das ist ein wunderbarer Zweig. Achso, damit wechsle ich wahrscheinlich Dingens und so. Aha, aha. So, und hier laufe ich jetzt in den Sumpf oder was? Oder in den Teich. Das ist ein wunderhübscher Teich, ehrlich. So, jetzt weiß ich gar nicht, äh... Begib dich zum Forsthaus. Ja, finde ich, ich wüsste, äh... Achso, da ist das auf der Karte wahrscheinlich angezeigt. Also das hier, Stein. Ja, den Sound finde ich nicht pralle. Der ist Metall. Nicht Metall, sondern Metall. Hey, du! LB, was ist denn jetzt LB? Oben? Hin? Hab ich Ausdauer? Ja, ich hab ne Ausdaueranzeige. Jetzt frisst er da wieder seinen Scheiß wegen der Scheiß-Taste. Scheiße. Gedrückt um wat? Achso, geduckt. Oha, hell. Zack. Er hat sich mein Pullover geklaut. Ich hab's genau gesehen. Sieht mich genau so aus. He. Aha, aha. Achso, achso. Überall diese... ...namnam... ...auseinandergefressenen Teile da. Er lebt garantiert noch, oder? Nö. Äh. Wie heißt du überhaupt? Wie heiß ich überhaupt? Bin ich das? Details. Hallo? Was hab ich jetzt gemacht? Achso, Markus. Kämpfe. Und er ist Ed. Die Chance. Kämpfefiegnis. Cool wäre es, wenn ich einen eigenen Charakter hätte. Aber ich spiel die Geschichte von irgendeinem wahrscheinlich. So, da ist Hüpfen. Oh Gott, Hüpfen verbraucht Ausdauer. Das ist ja gar nicht so schön. Ja. Guten Tag. Mann, kann jemand mir sagen, was in der Hölle passiert ist? Was passiert ist, dass es hier mehr sind, als ich erwähnt habe. Wir müssen die resten der Kabinen für die Überzeugung nehmen. Ich habe hier die Menschen verletzten, die ich muss aufzunehmen. Okay, wir sehen uns, was wir können. Wir werden? Ich empfehle mich. Okay, da ist eine Wettertower nach hinten, die eine gute Sicht des Campgrounds hat. Es ist vielleicht für dich ein Zeitpunkt, dass du da oben aufzunehmen und einen Blick aufzunehmen hast. Wir haben ein paar Suppe in der Lager da oben. Geh, was du brauchst und bleib da oben aufzunehmen. Hm, okay. So, wo ist das Ding in da? Da ist das Ding in da. Äh, ist echt Wahnsinn, was da drin ist. Gib mir das mal. Kann ich das da zurück tun? Beschädigt. Jetzt würde ich gerne sehen, was da steht. Dankeschön. Der Metall. Klammer, was? Was ist denn das? Verwenden. Kann ich den wegtun? Kann ich, glaube ich, sowieso nicht mehr verwenden. Das kann ich mitnehmen. Wahnsinn. Was ist dieses Ding in da? Und da ist wahrscheinlich dieses... Diese blöden Pillen, die werde ich garantiert aus Versehen schlucken. Gib mir die mal. Kann ich die irgendwie... Hallo? Zerstören. Gedrückt halten. Nein. Verletzt. Das sind die Typen, mit denen ich rumlaufe. So, irgendetwas Interessantes. Was ist denn da? Was stand denn da? Hallo? Marikaden? Ah, ja. Da muss ich Fenster zu machen, das kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Bei dem anderen sieht das nicht so elegant aus. Hallo? Es ist ein anderer schöner Tag. Nicht genug Einfluss. Aha. Verstehe ich überhaupt nicht. Was soll ich denn tun? Fenster verriegeln. Wunderschön. Ach ne. Tür schließen. Tür schließen. Mach die Tür zu. Nicht von außen. Du Trottel. Von innen. Alter, was denkt er sich? Ach. Wer ist denn hier rum? Nicht genug Einfluss. Aha. Das sind wahrscheinlich so Quests oder so. Ich weiß das gar nicht. Ich will hier erstmal die Dinger verriegeln. Äh, ja. Verriegeln. Natürlich. Moral. Was ist denn das auf dem Einfluss? Nix. Bevölkerung 5. Hallo. Typ. Achso. Typ. Achso. Ja, natürlich. Äh, mache ich die Fenster zu. Das ist jetzt, äh, so. Reden. Nicht genug Einfluss. Gib mich doch mit deinem Einfluss. Ich helfe euch doch gerade. Ich verstehe es überhaupt nicht gerade. Irgendwie bin ich echt ein bisschen durcheinander. Hallo. Ach, mit dir habe ich schon mal versucht zu reden. Ich doch nicht. Das Fenster ist jetzt übelst übergesichert und, äh, da wird garantiert niemals irgendwas reinkommen. Nie. Nie im Leben. Und er hier rennt mir die ganze Zeit hinterher. Hinterher. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinnig bescheuert. Pack, pack, pack. So, kann ich mit irgendjemandem reden? Die beiden haben nichts mit mir zu reden. Er hier vielleicht. Yo, yo, yo. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht, Soran. Ich kann nicht wirklich reden. Reden. Komm mit. Und. Hör den Rücken frei. Nein. Da soll ich da draußen irgendwas machen? Auf. Da draußen ist ein, äh, was ist das? Ich glaube, ich kann eine gute Sicht von da. Ja. Kletter auf den Wasserturm. Ja, da bin ich gerade bei, irgendwie. Weil ich mir das so dachte. Aufklärung. Welt hey. Baumarkt. Da, da, da. Campingplatz. Noch mehr Campingplatz. Oh, da ist die Basis. So, irgendwas noch zu sehen. Huch. Huch. Überall Zombies. Gott, oh Gott. Hüte. Noch eine Hütte. Irgendwo ist hier noch eins. Ach, da. Ich sehe mein Haus. Hüte. 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 Ich glaube, wir sind nicht die einzige, die einen schlechten Tag haben. Karte, 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 Karte. Was ist der hier? Karte. Neue Missionsgelegenheit. Da drüben. Soll ich mir einen Wegpunkt setzen? Da würde ich runter. Ist er jetzt im Ernst heruntergestürzt? Trottel. Ah. Hey du Vogel. Was soll denn das? Bescheuert. So. Ach so, in die Richtung muss ich gar nicht. Ah, ich bin wieder zum Zombie. Oh nein. Ich bin ein Schisser. Hey. Zack. Er kämpft hier auch noch fröhlich. Spritze ich ihn dagegen drum. Spritze ich wegen, weil das Gehirn da so rumspritzt. Doof, wenn ich das erklären muss. Hey, mach die Tür auf. Ach so. Ich bin nur blöd. Irgendwas interessantes hier. Ich hätte gern irgendwas zum Aufheben. Nichts mehr da. Soll denn wo sein? Geh doch mal aus dem Weg hier. Hm. Das sind doch Zombies. Oder? Oh ne. Ich hör sie doch. Ach so. Äh. Ich hör sie doch. Ich seh sie aber nicht. Natürlich nicht. Hä. Das war mal ganz doll doof. Ehrlich. Suchen. Oh. Das dauert auch noch so ein paar Sekunden. Das ist ja sehr schön. Alles mitnehmen, was zu finden ist. Was meinst du diese weißen Dinger da? Er kümmert sich gut darum. Er kümmert sich gut darum. Das ist sehr schön. Oh, ein Gewehr. Und ein... Ein größerer Rucksack oder was ist das? Gewehr. Gewehr. Aufschluss. Großer Rucksack. Verwenden. Ach so. Kleiner Rucksack. Verwenden. Ach so. Ach so ist das. Groß Rucksack. Ach der hat zwei Steckplätze mehr. Sehr schön. Ist das da oben? Ist das der 26er? Ach so. Hä? Heute ist der 22er. Einflussruhen. Bevölkerung. Moment. Ich dachte ich müsste niesen. Musste ich anscheinend doch. So jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwo was finde. Nichts mehr da. Ja sehr schön. Ach so schieße ich. Okay. Ich will das jetzt nicht so austesten, weil wegen Munition. Damit schlage ich. Hallo Zombie. Ach so. Der war aber recht fix tot. Durchsuch die Hütte. Michiel. accomplishment. isk.